Beppe, was ist dir beim Urlaub am wichtigsten oder wichtig generell? Dass ich nicht viel da muss. So richtig entspannen? Nein wirklich, entspannen, die Zeit genießen im Hotel, sie bekochen lassen. Genau, einfach den Alltag abgeben und entspannen. Also das ist für mich das Allerwichtigste. Bei dir? Für mich ist beim Urlaub einfach das Wichtigste, Handy weg, wirklich auch die ganze Woche aus Social Media. Ich möchte keine Nachrichten hören, ich möchte einfach das genießen, weil es einfach alles so schnelllebig ist, dass ich die Wochen wirklich brauche zum Batterie aufladen und ich finde dann, wenn du selber ein Handy in der Hand hast und überall, das geht dann nicht so schön und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich das für mich, von mir selber eben nutze, das wegzulegen. Kann ich voll verstehen. Wie sehr so viel los? Ständig was los. Darum, man soll immer ein bisschen runterkommen und in sich reinhaken und jeder, glaube ich, braucht auch mal eine Ruhezeit. Das ist ja mein Ansatz auf den Urlaub. Bis wegen. Tschö. Genießen.